Ja, herzlich willkommen zu dieser Runde. Ich hoffe, ihr hattet alle spannende Diskussionen. Das, was ich so mitgekriegt habe, hat prima ausgesehen in den Forumsgesprächen. Wir treffen uns jetzt hier zum Panel Geschichten des Gelingens erzählen. Wie bleiben wir als Gesellschaft im Gespräch? Warum haben wir das in diese Tagung eingebaut, nachdem wir am Anfang darüber gesprochen haben, wie wir eigentlich dazukommen, vertrauen zu können und was die defekten Debatten sind, mit denen wir umzugehen haben? Sprechen wir jetzt darüber, wie wir ins Handeln kommen, weil wir hier in der Böll-Stiftung uns ja nicht damit zufrieden geben wollen, sozusagen die kritischen Analysen zu machen, sondern das habt ihr jetzt in den Foren auch schon getan, darüber zu sprechen, was unsere Handlungsperspektiven sind und wie wir vorwärtskommen. Und Geschichten vom Gelingen zu erzählen, das hilft, Vertrauen zu fassen und Dinge für machbar zu halten. Das ist eine Brücke, um ins Handeln zu kommen. Davon sind wir ausgegangen. Das stelle ich jetzt gern als These hier euch in die Runde. Und ich glaube, das mit den Geschichten des Gelingens, also diese Blickrichtung einzunehmen, das ist so das Gegenteil von der Perspektive täglicher Weltuntergang. Ihr kennt das Buch von Maren Unger, das uns so in den Überforderungsstrudel runterzieht in diesen Zeiten von Stapelkrisen und Verunsicherung und fortwährender Umbrüche, sind Geschichten des Gelingens ein Anker. Ich sage jetzt was Mutiges, also finde ich, vor allem nach den Diskussionen, die wir jetzt hier schon alle hatten. Ich glaube, Geschichten des Gelingens sind ein Anker für begründete Zuversicht. Und sie geben eine Aussicht auf Gestaltbarkeit. Das habe ich mir extra aufgeschrieben. Und deshalb haben diese Geschichten vom Gelingen auch das Potenzial, ins Gespräch zu kommen. Darüber, was wir überhaupt wollen und was wir getan haben, um uns auf den Weg zu machen oder uns dem anzunähern. Und wir haben jetzt gerade auch schon viel davon gehört. Also das hat viel mit Deutungshoheit zu tun, glaube ich. Also wem überlässt man sozusagen das Storytelling über das, wo wir gerade sind und was passieren soll? Vermitteln wir Angst oder Zuversicht und Mut zum Handeln? Und das alles diskutieren wir natürlich ohne naiv zu sein. Das wäre mir schon ein Anliegen. Paulina Fröhlich hat vorhin gesagt, Die Zeit ist mehr so, wir wollen nicht euer Konfetti, habe ich mir gemerkt. Und wir haben viel gehört über defekte Debatten und ratlose Politik, gewissermaßen auch in diesem Strudel von Mediendynamiken. Und da stellt sich uns jetzt die Frage, gelingt es uns Menschen ins Gespräch zu bringen, darüber was gelingen kann. Das ist jetzt unser Job. Ich freue mich sehr, dass ich hier drei super Frauen zu Gast habe. Maria Exner, Gründungsintendantin von, toller Titel, ja, von Publix. Ein neues Haus in Neukölln, wer es noch nicht kennt. Die Selbstbeschreibung lautet, Publix ist eine neue Heimat für alle, die Journalismus machen, Öffentlichkeit gestalten und die Demokratie stärken. Zwei Monate war ich im Thomas Mannhaus in Los Angeles. Und es war das erste Mal, dass ich eine Förderung bekommen habe für meine Arbeit. Und es war wirklich ganz toll, weil es sehr gut gepasst hat zu der Vorbereitungszeit der Eröffnung von Publix. Ich versuche, dass es ein Publix wird und kein Publix. Und ich habe mich dort eben viel durchlesen, aber auch in Gesprächen mit Expertinnen eben mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich die Rolle von Journalismus in dieser völlig veränderten Medienlandschaft, in der wir uns alle wiederfinden. Die alte Gatekeeper-Rolle ist weg. Die Nutzungs- und Konsummuster der Menschen haben sich komplett verändert. Wo, wie, wer, wann Journalismus konsumiert, ist einfach heute was völlig anderes, als es vor 20 Jahren der Fall war. Und unter anderem aus den Erkenntnissen, die ich in diesen Gesprächen dort gewonnen habe, habe ich das Programm und auch sozusagen die Stoßrichtung von Publix entwickelt. Das Haus hat jetzt gerade im September eröffnet. Und es ist ein Haus für die Zukunft von Journalismus und Öffentlichkeit. Konkret ist es ein fast 6.000 Quadratmeter großes Gebäude an der Hermannstraße 90. Alle, die noch nicht da waren, herzliche Einladung. Es ist initiiert von der Schöpflin-Stiftung, einer demokratiefördernden Stiftung ganz aus dem Südwesten Deutschlands, an der Grenze zu Basel, gibt es einen kleinen Ort, der heißt Lörrach. Da gibt es eine Unternehmerfamilie namens Schöpflin. Die hatten mal ein großes Versandhaus, Handelshaus, so wie Quelle. Und der Hans Schöpflin, der dann später gar nicht mehr mit dem Familienerbe, sondern eigenständig als Unternehmer in den USA zu einem großen Vermögen gekommen ist, investiert sein Geld unter anderem, wirklich überhaupt nicht ausschließlich, aber unter anderem in gemeinwohlorientierten und gemeinnützigen Journalismus. Und die Schöpflin-Stiftung gehört zu den ersten Finanzierern und ist ein Dauerfinanzierer, Mitfinanzierer von Korrektiv. Das kennt ihr alle, denke ich. Und die Idee vor sieben Jahren, als die Vorbereitung für dieses Haus angefangen hat, war, dem wirklich keimenden, mini-kleinen, zarten Pflänzchen von gemeinnützigem Journalismus in Deutschland eine Heimat zu geben. Und in der Zeit, in der sich dieses Haus entwickelt hat, hat sich natürlich die Debatte um die Öffentlichkeit rasant weiterentwickelt. Und jetzt muss ich sagen, im Jahr 2024 so ein Haus eröffnet zu haben, wo wir ein Innovationszentrum und ein Debattenort und auch ein Kompetenzzentrum sein wollen, wie kann es denn mit der Öffentlichkeit eigentlich in Zukunft besser weitergehen, ist irgendwie ziemlich gut von der Zeit her. Also ich merke auch bei den ersten öffentlichen Veranstaltungen, die wir machen, ein hohes Interesse aus der Bevölkerung rundherum in Neukölln. Aber es kommen auch wirklich viele Institutionen auf uns zu, Schulen, Lehrer, Bibliotheken, also viele Orte, die sich auch, wo noch Öffentlichkeit auch konstituiert wird, so im Konkreten, die an uns eigentlich die Frage richten, habt ihr Programme, mit denen wir Kinder und Jugendliche schulen können, habt ihr Programme, die wir an Lehrer weitergeben können, habt ihr Programme, die wir in den Bibliotheken ausspielen können. Und da geht es uns einerseits um die Frage von, also dem Wert von Journalismus in der Demokratie, aber natürlich auch die Methoden, weil am Ende ist die Frage, was ist Journalismus und was nicht, ist eine Methodenfrage. Und dann geht es uns aber auch sehr stark darum, wie kann der Journalismus von morgen eigentlich anders, auch andere Methoden haben, sich weiterentwickeln, ja, seine Toolbox sozusagen erweitern, um besser als in der Vergangenheit einen Anschluss an Bevölkerung zu finden, insbesondere auch an Teile von Bevölkerung, die von dem, was wir, was vielleicht auch viele von Ihnen hier noch im Publikum, als Journalismus im Kopf haben, die von diesem Journalismus sowieso nie erreicht worden sind. Ja, also von klassischem Lokaljournalismus, von überregionalen Zeitungen, zum Teil auch von den großen Formaten der Öffentlich-Rechtlichen. Vielleicht erst mal so viel. Und das Haus, also es ist ein großes Investment und ich würde sagen, es ist jetzt schon eine Gelingensgeschichte, wobei wir natürlich am Anfang sind und wie hoch unser Impact sein wird, auch wie gut wir alles umsetzen können, was wir an Potenzial gerne erschließen wollen, das werden wir jetzt die nächsten Jahre zeigen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Eine tolle Sache, auch deshalb, weil wir ja später nochmal über Geschäftsmodelle sprechen werden und weil ihr diesen Weg beschritten habt, der so oft diskutiert wurde in der Frage, wie sichern wir eigentlich Qualitätsjournalismus, welcher Art auch immer, also demokratief fördernde Öffentlichkeitsmodule sozusagen und Instrumente und die Frage der Stiftungsfinanzierung hat immer eine Rolle gespielt und so richtig aus dem Knick. Das war doch schwer, aus dem Knick zu kommen und ihr macht das jetzt in dem Bereich von Journalismus, wo doch gerade die Gemeinnützigkeitsdiskussion runtergegangen ist. Also mehr oder minder, aber ich, wie gesagt, gerne. Vielleicht kann ich dazu noch eine Sache sagen. Ich glaube, du hattest es in der Anmoderation nicht erwähnt. Ich war zehn Jahre bei der ZEIT und davon acht Jahre stellvertretende Chefredakteurin von ZEIT Online. Und ich habe bei ZEIT Online ein Projekt mit auf den Weg gebracht und dann auch lange als Projektleitung geführt, Deutschland spricht. Ein sehr groß angelegtes Dialogprojekt, wo es darum ging, Menschen über Meinungsgrenzen hinweg und eigentlich genau zu den Themen, die dann später Steffen Mau in seinem Trigger-Punkte-Buch als die polarisierendsten Debatten in Deutschland auch nochmal identifiziert hat. Zu diesen Fragen haben wir Menschen in so 1-zu-1-Gespräche vermittelt. Und dieses Projekt ist aus der Kraft von ZEIT Online auf den Weg gebracht worden. Wir haben dann eine europäische Version davon gemacht und da hatten wir sowohl Förderung vom Auswärtigen Amt dafür als auch Stiftungsförderung. Und das war für mich so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, wenn wir anfangen, im Journalismus zu experimentieren mit Formaten, die auch in kein klassisches Geschäftsmodell passen, also mit so einem Projekt verdient man jetzt nicht in erster Linie Anzeigengeld und auch keine Abos, dann ist Stiftungsfinanzierung im Prinzip Transformationsfinanzierung und Innovationsfinanzierung. Also überhaupt Geld, das irgendwo herkommt, wo nicht sofort die Frage beantwortet werden muss, wie zahlt es auf die Bottomline ein. Und das ist auch das, was wir in Publix jetzt eben mit fördern wollen. Franziska Schuber, das grüne Politikerin in Sachsen, hat mehrere Vereine gegründet und mitgegründet. Dazu wirst du gleich was sagen. War in der Kommunalpolitik sehr engagiert. Zum Beispiel spektakulär. Oberbürgermeisterkandidatin in Görlitz mit fast 28 Prozent aus dem Stand. Damals haben wir echt gefeiert. Also das war ziemlich beeindruckend. Und ich finde ja, es gibt auch was zu Glückwünschen. Du hast gerade schon ein bisschen abgewunken. Aber ja, die sächsischen Grünen sind wieder in den Landtag eingezogen. Bündnis 90 die Grüne, wenn auch schmaler. Und wahrscheinlich nicht wie bisher als Teil der Regierung. Das Regierungsgeschäft bisher, finde ich, war eine Erfolgsgeschichte. Sachsen war das einzige Bundesland mit einem Demokratieministerium. Noch drei andere Anstriche. Aber auch ein Demokratieministerium. Und das hat tolle Programme aufgelegt, auf die wir gleich zu sprechen kommen werden. Und gibt es da aktuell so ein Gefühl von Gelingen? Aus der Perspektive von Sachsen, Lausitz und den vielen schönen Sachen, die ihr da gemacht habt. Also gibt es ein Gefühl des Gelingens? Gibt es Gelingensgeschichten, die du gerne erzählen möchtest? Gibt es? Ist nicht ganz einfach in diesen Zeiten. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Aber wir haben natürlich in diesen fünf Jahren auch Regierungsbeteiligung der Grünen in Sachsen. Die waren echt schwer. Also eine Sachsen-CDU ist nochmal was anderes als eine CDU in Baden-Württemberg oder so. Aber wir haben tatsächlich ziemlich viel dort aufgelegt und aufgesetzt, wo ich sagen würde, wenn man in die Regionen reingeht, für die wir das gemacht haben, wenn wir mit den Akteurinnen sprechen, für die wir das gemacht haben, da sieht man, da ist sehr viel angestoßen worden. Und das erfährt auch, es wird auch honoriert. Weil es bei vielen dieser Programme immer darum ging, zu gucken, dass man eben Menschen, Akteure, Initiativen so unterstützt, dass sie selber Geschichten des Erlegens auch weitererzählen können, aufbauen können, Menschen ermutigen können. Und das ist halt, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben dabei nicht nur die Städte in den Blick genommen. Das ist immer interessant. Klar, ihr kriegt hier halt 400 Leute zusammen zu so einer Konferenz. Aber ich komme halt auch aus dem ländlichen Raum, wo viele auch weggegangen sind, weil dort immer nur die Geschichten des Scheiterns, die Geschichten des Verlierens erzählt worden sind. Und das prägt halt einen Diskurs über Jahrzehnte. Insofern sind wir da als Bündnisgrüne reingegangen und haben gesagt, was können wir machen? Wir haben eine Richtlinie Bürgerbeteiligung aufgelegt. Die war ganz, ganz und ist ganz, ganz wichtig. Wir haben Orte des Gemeinwesens geschaffen mit zwei Unterpunkten, soziale Orte und Orte der Demokratie, wo wir ganz gezielt in ländlichen Regionen eben Perspektiven, Initiativen unterstützt haben und ermuntert haben, eben weiterzumachen. Es ist halt in Sachsen auch nicht so ganz einfach, gegen den politischen Mainstream zu arbeiten. Also Grün ist dort kein Mainstream. Da läuft man manchmal unter fünf Prozent ferner Liefen. Der Mainstream ist halt rechtspopulistisch. Kann man nicht anders sagen. Auch konservativ. Und da immer wieder auch Pflänzchen zu haben, die man unterstützt, die es schwer haben, das ist eine Motivation, die wir getragen haben. Und ich persönlich glaube sehr an die Kraft von guten Geschichten, weil die eben Diskurse verändern können, das Mindset von Regionen verändern können. Und ich komme aus der Lausitz. Wir haben einen Strukturwandel, den zweiten Strukturwandel vor der Brust. Und da müssen Menschen auch davon überzeugt sein und auch sehen, dass das, was man da macht, erfolgreich ist, beziehungsweise ihnen persönlich was bringt. Also dieses positive Erleben, das positive Vertrauen in das Gelingen, muss man hart erarbeiten in Sachsen. Und das ist das, was wir gemacht haben. Aber wir haben natürlich nicht nur in diesem gesellschaftlichen Bereich gewirkt, sondern auch überall dort, wo modernisiert werden musste. Aber ich fange jetzt gar nicht erst an, den Ökobereich aufzumachen. Ich könnte, aber mache ich jetzt nicht. Aber wenn du mich nach Geschichten des Gelingens fragst, sind das sehr konkrete Beispiele. Und was wir auch gemacht haben als einziges Ostbundesland, wir haben das Programm, was die Bosch-Stiftung, deswegen ist Stiftungsengagement so extrem wichtig, damals aufgelegt hat mit Neulandgewinner, haben wir in Landeshoheit übernommen. Und wir sind das Bundesland, was mit über einer Million dieses Programm weiter gefördert hat. Und wir konnten sehr viele Menschen bis heute begleiten in ihrem Engagement. Und das halte ich nach wie vor für richtig, gerade und trotz der Zeiten, die wir haben. Neben Publix oder Publix, bitte auch nochmal nachschlagen, Neulandgewinner. Großartiges Projekt. Und Franziska Schubert war in der ersten Preisträgerunde von der Jury ausgewählt als Neulandgewinnerin mit. Wir haben uns mit Leerstand im ländlichen Raum befasst, aber nicht nur mit den Gebäuden, sondern wir haben nur die Initiativen begleitet, die tatsächlich schon da waren. Also wir hatten fünf große Gebäude, wo jeder gesagt hat, die sind verrückt, das zu machen. Und wir haben die gestärkt. Und es ging nicht vorrangig um die Immobilie, sondern es ging darum, dass man etwas so stärkt, dass es auch dann ohne Fördermittel leben kann. Dass genug Menschen mittun, dass man Netzwerke baut und eben diese Geschichten des Gelingens tatsächlich dann auch erzählt. Und ich bin dann mit dieser Perspektive in die Jury gegangen und durfte bisher, das ist immer toll gewesen, die ganzen vielen Neulandgewinner in den ostdeutschen ländlichen Regionen kennenlernen und begleiten. Und das kann ich nur empfehlen, guckt euch das an, neulandgewinnen.de, die Landkarte und was es dort für großartige Projekte gibt, im Übrigen auch im journalistischen Bereich. Ich sage mal, die Unkenpostille, klingt vielleicht provinziell, ist extrem wichtig. Kann man sich mal angucken. In Altenburg, glaube ich auch, wie heißt es, Günther neuerdings, auch gefördert in den Neulandgewinnern. Ja. Und in Görlitz gibt es dann alle September, alle Jahre Anfang September inzwischen ein gigantisches Festival, das Überlandfestival irgendwie von Freitagabend bis Sonntagmittag mit ein paar hundert Leuten. Großartig. Wir waren als Böll-Stiftung dort auch schon mal vertreten. Und das ist total wichtig, weil es eben im ländlichen Raum, in der Region Strukturwandel an der Grenze stattfindet. Also kann es nur empfehlen, sich von Berlin aus oder was weiß ich in Zug zu setzen, dort hinzufahren und sich dort die Geschichten des Gelingens anzugucken, die dort viel schwerer erkämpft werden, als das zum Beispiel in Berlin der Fall ist. Und das ist immer so, das ist wichtig, dass wir an die Orte gehen, wo diese Geschichten des Gelingens umso deutlicher erzählt werden müssen. Das ist der Impetus, warum wir sagen, wir machen das in Görlitz, das Überlandfestival. Und wir haben ja auch dieses Landmagazin, wo auch diese Geschichten erzählt werden. Also da gibt es was und wir freuen uns, wenn es zur Kenntnis genommen wird und Reichweite erzeugt wird. Und die dritte in der Runde ist Katharina Linneppe, Wiesbadenerin und Neuberlinerin, die wir gerade nochmal abgeklärt haben. Und sie ist, was man so Cross-Media-Journalistin nennt heutzutage. Das ist, wenn man sozusagen im Print und auch auf Insta und so unterwegs ist. Und sie ist Moderatorin, so haben wir uns auch kennengelernt hier im Hause. Und sie ist feministische Comedian. Und der spannende Punkt ist, glaube ich, Sie haben da so eine Mission und eine These, dass Humor und Empathie eine Menge damit zu tun haben, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Wie geht das? Wie kommen Menschen ins Gespräch mit Hilfe von Humor? Ja, das ist in der Tat, also da sind Zusammenhänge erkennbar, beziehungsweise ich meine sie erkannt zu haben. Ich fange erstmal damit an, dass ich, so wurde ich ja auch vorgestellt, hauptsächlich als Moderatorin unterwegs bin, dass ich Podiumsdiskussionen normalerweise moderiere und Gesprächsrunden leite. Und das ist toll, das ist eine schöne Aufgabe, um Menschen ins Gespräch zu bringen. Da gelingt es mir, das ist auch eine Geschichte des Gelingens. Oder ja, also manchmal gelingt es mir, manchmal vielleicht weniger, aber es hängt jetzt immer vom Format ab. Aber das ist ein Weg, um Menschen ins Gespräch zu führen, die Moderation in meinem Leben. Das reichte mir aber irgendwann nicht mehr. Das reichte mir aufgrund der Tatsache nicht mehr, dass es natürlich auch, wenn es um politische Themen geht, um gesellschaftspolitische Themen geht, dass da natürlich meistens die üblichen Verdächtigen dort sind, die entweder mit mir dort sitzen und sprechen oder auch zuhören. Und ich brauchte, ja, irgendwann mehr Räume, mehr Räume, die ich mir erschließen wollte, um natürlich auch selbst in Erscheinung zu treten. Also wenn man irgendwie künstlerisch und kreativ tätig ist, dann ist da ein Grund, Narzissmus spielt da bestimmt auch eine Rolle, muss ich auch dazu sagen. Aber auch, um meine gewisse Haltung zu zeigen und auch auf Themen aufmerksam zu machen, die mir wichtig sind. Und dann braucht es eben, und da muss man eben empathisch vorgehen, braucht es ein Transportmittel. Und dieses Transportmittel ist der Humor, den ich nutze, auch auf verschiedene Weise. Denn von Räumen hatten wir es schon und von den Orten, wo Geschichten des Gelegens stattfinden und wo Menschen auch zu treffen, anzutreffen sind. Und das sind digitale Räume genauso wie physische Räume. Und wenn ich Satireformate auf Instagram mache, ist es eine andere Art des Humors, als wenn ich auf einer Bühne stehe und ein Stand-up-Programm mache. Und es sind auch zum Teil auch andere Menschen dort. Und das ist die Herausforderung, verschiedene Menschen zu erreichen mit Humor, auch mit unterschiedlichem Humor. Und da, glaube ich, ist Empathie ein ganz wichtiges Handwerkszeug. Wobei ich auch sagen muss, Empathie ist ja mittlerweile so ein Begriff, der unglaublich überstrapaziert ist. Also wir sprechen alle irgendwie von Empathie. Und ich finde, da fängt schon das Empathie-Problem an, weil wir alle was Unterschiedliches unter Empathie verstehen. Also ich glaube, das wird jede Person unterstreichen, die schon mal in irgendeiner zwischenmenschlichen Beziehung, Freundschaft oder sowas war. Dass wir alle was sehr Individuelles unter Empathie verstehen und uns dann nicht immer verstanden fühlen in unserem Empathiebedürfnis. Also ich spreche hier von einer Empathie, die vielleicht nicht das Nachfühlen von allem betrifft, sondern das Nachvollziehen, das Nachvollziehen, woher Dinge kommen, woher auch die Lebensrealitäten sich speisen, die unterschiedlichen, und darauf reagieren zu können. Und das Mittel des Moors zeigt mir durch Lacher, dass ich etwas nachvollziehen konnte und damit andere Menschen erreichen konnte. War jetzt ein bisschen abstrakt, aber... Also ich meine, was ich wirklich nett finde daran, ich habe an mehreren Stellen der Presse entnommen, sowohl beim Rücktritt von Kevin Kühnert als auch jetzt beim Rücktritt von Ricarda Langen, dass diese beiden Jungpolitiker-Innen sich unter anderem dadurch ausgezeichnet haben, dass sie Humor haben. Und das fanden viele Leute richtig sympathisch. Und das war so einer der Punkte, weshalb ich der Presse entnommen habe. Die kommen auch wieder. Und das hat auch was vermutlich mit Resilienz zu tun oder sowas. Aber glaube ich auch damit, dass das eine öffentliche Sprache ist, die irgendwie sympathischer sein kann. Oder irgendwie, also das bricht so ein bisschen diesen Politsprech auf manchmal. Oder wenn man irgendwie so einen Sinn für Humor hat. Oder? Das spielt eine Rolle im Journalismus und in öffentlicher Sprache, oder? Ob jemand Sinn für Humor hat? Das ist eine Brücke. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass die... Ich glaube, dass es immer wieder Politikerinnen gelingt, genau mit dem Bild, dass der Journalismus natürlich aber auch zeichnet selber von den Menschen. Also wenn es Politikern gelingt, da auszubrechen aus den Schablonen, in die sie halb selber reinfallen und halb reingezogen werden, dann haben sie auf jeden Fall ganz gute Chancen, auch mal anders wahrgenommen zu werden. So, dass es fast so einen Überraschungseffekt gibt. Oh, ein Mensch. Und ich glaube, der Punkt zur Empathie und dem Humor, ich versuche den mal auf mein Thema zu übertragen, also eine Erfahrung, oder auch auf das, was wir hier an der Wand stehen haben, als Thema des Panels, eine Erfahrung aus Deutschland spricht, warum haben wir das gemacht als große überregionale Redaktion, die mit ihrer Homepage jeden Tag 1,2, 3, 4 Millionen Menschen erreicht und heute noch viel mehr, dass wir dann so wenige, tausend ins Gespräch gebracht haben. Es war ein Experiment, wo es darum ging zu gucken, was passiert eigentlich, wenn wir den Leuten aktiv sozusagen den Auftrag geben, das, worüber wir berichten, dann nochmal miteinander zu besprechen. Also nicht nur so dieses, ich sitze hier in der Redaktion und das ist so eine Art Frontalunterricht, also wir veröffentlichen irgendwie unsere Geschichten und dann hat man die Kommentarspalten und da kriegt man so ein bisschen was mit, wie das rezipiert wird. Aber in diesen Gesprächen, wir haben die Leute, die diese Gespräche hatten, gebeten, uns hinterher so Eindrücke zu schildern und das haben wirklich sehr viele gemacht. Wir konnten ja nicht bei 18.000 Gesprächen dabei sein. Und das, was du gerade sagtest, ist eigentlich die Haupterkenntnis aus diesen 1 zu 1 Gesprächen von Menschen, die wirklich ganz wenig gemeinsam haben. Also es wäre so, wie wenn wir jetzt hier lauter Gespräche organisieren würden zwischen den Menschen in diesem Raum und AfD-Wählerinnen. Und der gemeinsame Nenner, auf den ganz viele von denen kamen, war, ach Mensch, zu dieser politischen Frage ist die Person wirklich komplett anderer Meinung als ich, kann ich gar nicht verstehen, aber die hat auch eine Katze. Oder wir haben gemeinsame Großeltern, die kommen aus dem Sudetenland. Oder wir sind Eltern von dreijährigen Kindern. Und plötzlich verschwimmt dieses Bild, und das ist ja eigentlich ein unserer Hauptprobleme in der Öffentlichkeit, oder das, was mich am meisten beunruhigt und weswegen ich auch in diesem Projekt arbeite und in der Vergangenheit Deutschlands Spricht gemacht habe, ist, dass es in der Polarisierungsdebatte oder in diesem Auseinanderdriften zu bestimmten politischen Themen eben, dass man aufhört, einander als Menschen wahrzunehmen und die politischen Meinungen so absolut zu setzen. Und das führt halt einfach ganz, ganz stark in die Radikalisierung am Ende, in jede Form von gewaltsamer Auseinandersetzung, ob das verbale Gewalt ist oder am Ende irgendeine Form von täglicher Gewalt. Und in diesen empathischen, also sozusagen in diesen 1-zu-1-Gesprächen, da wurde plötzlich klar, da sprechen halt zwei Menschen miteinander. Und wenn ich mir erzählen lasse, warum jemand eine ostdeutsche Biografie hat, ich habe ja auch eine, ja, wo es eben ganz andere auch biografische Erfahrungen mit Russland gibt, wo es viele Eltern und Großeltern gibt, die Russisch sprechen, die zum Teil dort studiert haben und so weiter, warum die nun eine andere Haltung haben zu dem, was aktuell passiert, ist dann plötzlich, wenn nicht, so wie du es gerade gesagt hast, es ist nicht so etwas, was ich dann übernehme, aber ich kann irgendwie verstehen, woher die Person kommt, dass die das denkt. Und ich glaube, diese Art von Qualität, eigentlich ist es so eine zuhörendere Qualität und auch ein stärkeres Eingehen auf die Wahrnehmung der Welt aus der Perspektive von einzelnen Menschen, das ist etwas, was dem traditionellen Journalismus sehr, sehr schwerfällt. Insbesondere in Bezug auf Politikjournalismus sind sie eben, die Redaktionen und auch viele von meinen Kollegen, sehr, sehr fokussiert auf die A-Liga. Also ich meine, wenn ihr so alle überlegt, von wem liest man, hört man, das sind eben die Bundesminister, es ist das Kabinett, es sind vielleicht noch die Top-Politikerinnen in den Ländern, aber von allen anderen und vor allen Dingen von normalen Menschen liest und hört man in der Berichterstattung definitiv zu wenig. Und wenn, also sozusagen die Form von Journalismus, die wir auch versuchen zu unterstützen, mit dem Haus, wo es darum geht, warum brauchen wir eine Gemeinnützigkeit für Journalismus in Deutschland, es geht darum, Formen von Journalismus zu unterstützen, die wirklich in einem anderen Kontakt mit Menschen steht. Und Korrektiv zum Beispiel, die Recherche, die jetzt alle wahrgenommen haben, ist nicht auf diesem Weg entstanden, die Geheimplanrecherche, aber andere Recherchen, die Korrektiv in der Vergangenheit gemacht hat, sind entstanden, weil die in Orten dann so Büros aufmachen und einfach die Leute einladen, die vorbeilaufen, ihnen zu erzählen, was in dieser Stadt so los ist und ob sie vielleicht zu dem einen oder anderen Fall irgendwie was gehört haben. David Schravens Kaffeewagen, richtig. Unter anderem der Kaffeewagen in Bottrop ist so ein Ort, die haben ja diese große Geschichte zu einem Apotheker gemacht, der Medikamente gepanscht hat. Das ist mir gerade leider entfallen, in welcher Stadt das spielte, aber da haben sie um die Ecke von der Apotheke einen Ladencafé, war das auch in Bottrop? Ja, aufgemacht, genau. Und das ist ehrlich gesagt gar nicht so schwer, also die Idee liegt eigentlich relativ nah, aber es ist für eine etablierte Redaktion und vor allen Dingen für die Ressourcen, die in den meisten Redaktionen heute noch sind, fast unmöglich, so zu arbeiten. Schöne Brücke in das nächste Thema, was ich in die Runde bringen wollte, nämlich Selbstverständnis von Journalisten und Journalistinnen in so einer total vermachteten medienökonomischen Landschaft. Darüber haben wir jetzt heute an verschiedenen Stellen schon etliches gehört. Also wir hatten auch darüber gesprochen, bei euch gibt es irgendwie eine Zeitung und die will man eigentlich auch nicht gern jeden Tag lesen. Dann gibt es jede Menge so Hauswurfsendungen, wo man sich immer fragt, wer die ganzen Menschen sind, die das Geld spenden in diese AfD-Vorfeldorganisationen und so weiter. Und dieses, also wie kann es eigentlich gelingen, in so einer Situation überhaupt durchzudringen mit solchen Geschichten von Gelingen von Gelingen und mit so einer Aufforderung nach Perspektivwechsel, ja und so. Und das kollidiert ja auch mit dem Selbstverständnis von Journalisten und Journalistinnen eigentlich. Die sind ja jetzt nicht dazu da, die Demokratie zu retten, sondern die haben ein bestimmtes, also Sie haben es gesagt, Handwerkszeug und es geht um Methoden und so. Und es geht aber eigentlich darum, also meine Frage wäre im Grunde, Ihr kennt dieses Probleme schreien, Lösungen flüstern, Stichwort. Und ich finde es schon, es lohnt nochmal nachzudenken, welche Rolle kann Journalismus überhaupt spielen, dabei die Debatte wieder zu demokratisieren, gewissermaßen. Also keine demokratische Öffentlichkeit ohne Journalismus. Die Broschüre der Otto-Brenner-Stiftung liegt da draußen auf dem Tisch. Es gibt da eine enge Beziehung und ich habe mir nochmal rausgesucht, Sonja Mikitz zum Beispiel schreibt in ihrer Biografie, für mich dient der Journalismus der Demokratie, nicht aktivistisch, aber aktiv. Lauter streitbare Aussagen in dem Zusammenhang. Aber ich wollte mal fragen, ist konstruktiver Journalismus irgendwie nach eurer Erfahrung eigentlich Schnee von gestern? Oder ist das was, wo wir Hoffnung reinsetzen sollten in dieser Situation? Franziska, fang doch mal an. Wie ist es mit dem Durchdringen und den Möglichkeiten überhaupt gehört zu werden? Und wer hilft euch da? Also das, was Maria beschrieben hat, das spricht mir schon sehr auch aus der Seele und aus den Erfahrungen, die ich so habe. Ich glaube, dass, ihr habt, glaube ich, heute auch schon ziemlich viel über Rahmenbedingungen gesprochen, die die klassischen journalistischen Formate haben. Und sich aus Systemlogiken rauszulösen, ist weder für klassischen Journalismus einfach, noch ist das für Politiker und Politikerinnen einfach. Du bist halt da drin. Und ich überlege gerade, was passieren würde, wenn ich als Politikerin jetzt komplett meine Art zu kommunizieren verändere, wenn ich unsere Öffentlichkeitsarbeit in der Fraktion komplett aus dem System rauslöse und komplett auf eine emotionale Ansprache, ein Versöhnen der Gesellschaft und so weiter gehen würde. Das würde ich mich, ich bin gespannt, ob das jemand nehmen würde. Aber du hast ja gesagt, Anne, wir wollen hier nicht naiv sein. Wir können es auch nicht. Weil wenn ich mir angucke, und es ist so, dass Journalismus demokratierelevant ist. Und wenn ich mir angucke, was zum Beispiel gerade in Sachsen so vor sich geht, mit Sächsische Zeitung, Leipziger Volkszeitung, die jetzt irgendwie zusammen sind. Und dann wird abgebaut. Dann werden Ressourcen abgebaut und abgezogen und wieder aus den ländlichen Regionen. Und da habe ich sowieso soziostrukturellen Problemen. Viele ältere Menschen sind dort. Viele Junge sind weg. Frauen sind weg und so weiter. Und die Zeitung, die dort sozusagen noch produziert wird, muss ja irgendwie von jemandem gelesen werden. Die Artikel müssen geklickt werden. Und das sind eben oftmals leider nicht mehr die Geschichten des Gelingens. Sondern das ist das, was aufregt. So wie die Algorithmen funktionieren. Das ist das, was ich leider beobachte, dass auch klassische Printmedien zum Beispiel versuchen, der Logik von Algorithmen zu folgen. Und das kann nicht gut enden. Das heißt, der klassische Lokaljournalismus, der wird abgebaut. Früher hat es da halt Redakteure, die mal, weiß ich nicht, zwei Jahrzehnte Beziehungen aufgebaut haben zu den Leuten, die eben da in der Region waren und mit denen du Sachen machen konntest. Wo die Leute sich identifizieren konnten und sagen, ja, das ist hier bei meiner Hausführer, da kann ich auch stolz sein. Das wird immer mehr abgebaut. Eine große Gefahr sind, da hat Jan Wilmermann mal eine Sendung drüber gemacht, sind diese furchtbaren Anzeigenblätter, die oftmals, wie gesagt, als Postwurfsendung kommen, in jedem Briefkasten sind. Und das Krasse ist, dass zur Landtagswahl in Sachsen alle Parteien richtig viel Kohle dort drin versenkt haben, weil sie dort ihre Werbung drin gemacht haben. Tip on Cards hieß das, habe ich noch nie vorher gehört. Jeder klebte seine Karte dann da rein, zahlst einen Haufen Kohle, bist aber sicher, erreicht die meisten Haushalte, erreicht die meisten Leute. Das ist keine gute Entwicklung. Und das Thema von unabhängigem Journalismus, von qualitativen Journalismus, von einem vielfältigen Journalismus, das braucht Ressourcen. Und darüber muss man sich verständigen. Wer soll das finanzieren? Wer wird das finanzieren? Ist es denn gut, wenn bestimmte Dinge nicht mehr unabhängig finanziert werden? Und das sind große Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ich kann aber aus einer demokratischen, aus einer politischen Perspektive sehr klar die Gefahren benennen, was dort eben passiert. Und wenn wir über Medien sprechen, die meinungsbildend sind, demokratiebildend sind, dann gehört da auch die Blindenflecke. Das, was wir nicht betrachten dazu, im Vorfeld von Wahlen, um Stimmung zu machen, ist zum Beispiel der Telegram-Kanal der Freien Sachsen, das meistgelesenste Medium. Und das ist halt, da reden wir nicht über tausend Leute, sondern da reden wir über 131.000 Follower. Und die Leute, die das lesen, die sind in einem Film. Die holst du kaum raus, wenn es dir nicht gelingt, dort Alternativangebote zu machen. Und das sehe ich, du hast gesagt, wir wollen nicht naiv sein, deswegen wage ich es mir jetzt einfach an dieser Stelle auch mal, diese sehr konkrete, reale Situation auch auszusprechen. Super, vielen Dank. Das, was man wirklich in den neuen Bundesländern beobachtet, das wird uns über die nächsten zehn Jahre in den anderen Teilen Deutschlands auch ereilen. Insofern ist es jetzt Zeit, da genau hinzugucken. Weil, genau, also es ist so, ihr seid so ein bisschen die Zukunft. Und das ist in dem, in dieser Hinsicht ist wirklich keine gute Zukunft. Und genau alles, was du gerade gesagt hast, nehme ich genauso wahr. Und es ist eben so, dass die deutschen Lokalzeitungen ganz, ganz massiv unter der Veränderung des Geschäftsmodells für klassischen Journalismus in Deutschland gelitten haben. Und dass die Verlegerinnen und Verleger bis auf ganz wenige Ausnahmen absolut versäumt haben, rechtzeitig und genug Geld in die Digitalisierung ihrer Produkte zu investieren. Also das tut mir leid, dass ich euch mit so Wirtschaftskram, aber das ist am Ende das. Zeit Online ist deswegen ein erfolgreiches Online-Medium heute und hilft der Zeit dabei, die Auflage der Printzeitung sozusagen, also die Gesamtabonnement-Auflage stabil zu halten beziehungsweise zu wachsen, weil es da Verleger im Hintergrund gab, die in der Lage und bereit waren, 15 Jahre zu investieren. Und in den Verlagshäusern, die Lokalzeitungen in Deutschland verlegen, ist über viele, viele Jahre sehr, sehr viel Geld verdient worden. Und in den Jahren, als man anfangen hätte müssen, das Geld zu reinvestieren, in die Digitalisierung, auch in neue Redaktionen, in veränderte, diverse Redaktionen usw., ist das Geld weiter abgeschöpft worden. Und die Investitionen sind nicht getätigt worden. Und deswegen stehen wir an vielen Punkten da, wo wir heute stehen. Und auch das mit dem Algorithmus finde ich einen extrem wichtigen Punkt. Auch mein Eindruck ist, dass der Journalismus sich von der Technologie treiben lässt. Und in dem Moment, wo das klassische Printprodukt weder über Anzeigen noch über Abonnements genug Profit einspielt oder genug Umsatz einspielt, um den redaktionellen Betrieb, so wie er ist, zu finanzieren und auch noch Gewinne zu machen, in dem Moment fangen alle Redaktionen natürlich an den Vertriebskanal digital und das heißt Suchmaschinen, das heißt vermehrt auch natürlich die verschiedenen Social-Media-Plattformen, das heißt auch Messaging-Dienste und das wird in Zukunft auch noch stärker mit KI-Systemen in Verbindung stehen, sozusagen die Geschichten so anzuteasern, anzupassen, auch die Arten von Geschichten zu machen, von denen wir wissen, dass der Algorithmus das mit Aufmerksamkeit belohnt. Und insofern ist es aus meiner Perspektive dringend geboten, dass sich die politisch Verantwortlichen im Bund, in den Ländern die Frage stellen, erstens, wie inzentivieren wir die Verleger zu investieren in Redaktionen und nicht das Gegenteil zu machen, das kann man, also in anderen Politikfeldern oder in anderen Wirtschaftsfeldern wird das ja auch gemacht und sich dann mal gut umzuschauen in Europa und nicht nur in Amerika zu gucken, was wir viel machen, was ich auch immer gerne mache und sage, guck mal, wie schlimm es in Amerika ist. Aber in den USA haben wir anders als in Deutschland eine Situation, in der es immerhin schon seit 20 Jahren die Gemeinnützigkeit für Journalismus gibt. Ein Magazin zum Beispiel wie Mother Jones, das mögen einige von euch kennen, das gibt es seit fast 20 Jahren, das ist ein gemeinnütziges journalistisches Magazin. Und da ist es eben jetzt gelungen im vergangenen Jahr, dass sich mehr als 100 Stiftungen zusammengetan haben und eine halbe Milliarde Euro gepoolt, Dollar gepoolt haben für Lokaljournalismus. Wir machen mit Publix, darüber rede ich auch gleich nochmal ein bisschen, Bewegung in diese Richtung. Das ist aber sehr limitiert in Deutschland, weil wir den steuerlichen Rahmen nicht haben. Also man kann gar nicht eine halbe Milliarde in gemeinnützigen Journalismus investieren, weil es den gemeinnützigen Journalismus nicht gibt. Und es gibt eben auch einen ganz anderen philanthropischen Sektor in den USA. Aber wenn man mal nach Europa guckt, die skandinavischen Länder machen seit zum Teil 20, 25 Jahren teilweise noch länger Journalismusförderung, staatliche Journalismusförderung zusätzlich zu den Öffentlich-Rechtlichen. Und da gibt es Verteilprinzipien, da gibt es ganz klare Kriterien. In Schweden zum Beispiel gibt es ein System, das jeweils in der Region, die jeweils zweit- und drittmeistverbreiteten Medien von der staatlichen Förderung profitieren, aber nicht der Best in Class. Also der, der sowieso gute Profite macht, der kriegt kein Staatsgeld. Die anderen beiden schon. Und so hat es zum Beispiel ein Land wie Schweden geschafft, in der Medienvielfalt top zu sein, in der Unabhängigkeit, also Pressefreiheitsplatz drei oder zwei. Und hier in Deutschland mache ich jetzt seit einigen Jahren die Erfahrung, tun wir immer so, als wäre jegliche Förderung von Journalismus und gerade den Journalismus in den Bundesländern und in den Regionen, als wäre das also undenkbar, überhaupt über mal politische, tatsächliche Methoden nachzudenken, wie man dort Geld investieren kann. Also mit dem Thema sind wir noch lange nicht zu Ende. Danke für diesen Aufschlag in die Medienpolitik Politik- und Medienökonomie-Debatte mit der Frage, welche Verantwortung Politik bitte mal wahrzunehmen hat. Wir sind mit der Zeit eigentlich durch. Es gibt noch eine Reihe von Fragen, die wir jetzt nur angerissen haben, wie zum Beispiel diese. Ich wollte euch als letzte Runde noch mal fragen nach dem Thema als Gesellschaft im Gespräch bleiben im Zusammenhang mit Orten, Formaten und Kulturen von Gespräch. Also das hatten wir vorhin auch schon mal gehört. Also wenn es keine Begegnungsorte gibt, wird es schwierig, wenn man sozusagen auf diesen Hauptstadtpressekanälen bleibt, dann kommt man nicht mit den Leuten ins Gespräch und man wird auch bestimmte unangenehme Gespräche nicht führen müssen. Viele kennen das ja aus der Familie. Also ich führe viele unangenehme Gespräche in der Familie und da ist das auch irgendwie durchaus ein Segen, dass es diese heterogenen Familienzusammensetzungen ja durchaus noch gibt. Aber eine kurze Abschlussrunde würde ich euch gerne geben zum Thema Orte, Formate, Gesprächskulturen und Katharina Lillippe würde ich gerne, also wir hatten ausführlich schon darüber gesprochen, die Rolle der kleinen Kulturorte eigentlich, das ist ja was, wo Sie Erfahrung mit haben, anschließend auch an, was ist die Rolle der kleinen oder die Chance der kleinen Kulturorte für das gesellschaftliche Gespräch? diese kleinen Orte gilt es auf jeden Fall aufzusuchen. Ich würde ganz kurz nochmal eingehen auf das, was wir eben besprochen haben, weil ich würde gern nochmal rückkoppeln zu der Frage, wo sich alles hinbewegt, nämlich diese Frage ist konstruktiver Journalismus Schnee von gestern? Das war die Ausgangsfrage, wo sich dann einiges entwickelt hat. Ich würde nicht sagen, dass er Schnee von gestern ist und dass er sehr, sehr wichtig ist. Mir würde allerdings bereits ein unaufgeregter Journalismus reichen. Und wir haben dann gehört, wo da die Herausforderungen liegen, die ökonomischen Herausforderungen, die Herausforderungen von Algorithmen, von Klicks, von Reichweite und so weiter und so fort, in dieser Unaufgeregtheit zu bleiben. Und nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, eine wichtige Quelle, die Unaufgeregtheit, auch im Journalismus, um sich in der Rolle für eine Zukunft des Journalismus zu finden und auch dann kreative Wege zu finden, das, was Qualitätsjournalismus kann, für eine Zukunft zu übersetzen und für die Bedürfnisse an Qualitätsjournalismus in der Zukunft. Und das vor allem in einem Zeitalter der Desinformation. Das war jetzt nur das, was ich noch mit beizutragen hatte. Und ja, also Unaufgeregtheit war einfach noch ein Stichpunkt, den ich gern mit reingeben wollte. Und jetzt komme ich zu den Orten, wo jetzt muss es ganz kurz sein, wo auch kreative Aufgeregtheit möglich ist. Genau, kleine Kulturräume oder Allgemeinräume, soziale Räume zu finden, in denen Gespräch möglich ist oder man Gespräche kreativ anstoßen kann. An den Orten mangelt es nicht. Manchmal mangelt es uns in unserer Kommunikationskultur heutzutage daran, diese Räume gut zu erschließen und zu gestalten. Ich glaube, an unseren innenarchitektonischen Fähigkeiten, an den Räumen, da müssen wir manchmal arbeiten und kreative Wege finden. Und ich glaube, da hast du gerade was angesprochen bei den kleinen Kulturräumen, die ich auch auf suche. Also sowohl finde ich statt auf sozialen Medien wie Instagram und so weiter, wo eine große Reichweite möglich ist, aber trotzdem bewegt man sich ja in irgendwelchen Bubbles und irgendwelchen so. Und dann gibt es eben andere Humororte und das sind dann eben auch Bühnen und kleine Bühnen und so weiter. Und ich komme quasi gerade zurück von einer Tour, von einer Comedy-Tour. Wir sind mit einem queer-feministischen Kollektiv durch ganz Deutschland, durch zehn Städte in ganz Deutschland und waren auf größeren Bühnen in größeren Städten und dann eben auch auf kleineren Bühnen überall. Und sind, also wir sind von München, wo wir dann irgendwie vor 100 Leuten gespielt haben, sind wir dann in einer Eisdiele in Thüringen. Und ich hatte erst mal so Bedenken und wusste nicht, wie kommt das da an, wenn wir da jetzt mit queer-feministischer Comedy um die Ecke kommen, was erwartet uns da? Also ich war gespannt und auch ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Und die Resonanz war toll, die war super und in mehreren kleinen Orten war sie super, einfach weil es dann schon hieß, Mensch, das sehen wir normalerweise im Fernsehen und jetzt kommt eine Comedy-Show zu uns. Und das war der Eisbrecher. Und das war die Möglichkeit, auf dieser Bühne Lebensrealitäten humorvoll zu zeigen und ins Gespräch zu bringen und so kamen wir in Kontakt und es war super, das waren die besten Shows so. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, solche Räume aufzusuchen und hinzugehen, zu sagen, hallo, hier bin ich, ich habe ein Angebot. Ja, vielen Dank. Also, da könnten wir jetzt wirklich super vertiefend einsteigen, denn zu den Förderprogrammen gibt es auch Mercator gefördert übrigens diese Programme für soziale Begegnungen an ungewöhnlichen Orten, wie zum Beispiel der Straßenbahn in Dresden, nicht wahr? Oder die Sache mit der Eisdiele oder das Schwimmbad oder so. Also, damit machen wir jetzt die nächste Diskussion auf, für die wir leider keine Zeit mehr haben. Ich habe nicht ganz gut auf die Uhr geachtet, aber ich danke euch für dieses sehr interessante Gespräch und also mit der Politik für eine demokratische Öffentlichkeit, da werden wir auf jeden Fall weitermachen müssen und auch bei der Frage nach den Orten. Das wäre doch was für ein Koalitionsvertrag. Mal gucken, ob wir daran mitschreiben, je nachdem, noch hat niemand gefragt. Herzlichen Dank an dieser Stelle und um vier geht es schon weiter, deshalb reicht es noch einen kurzen Kaffee und einmal Füße vertreten und vielen, vielen Dank in diese Runde. Applaus Applaus und vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020